Beim Livestream hier bei Terra X History, schön, dass ihr dabei seid. Es geht um ein Jubiläum, das viele gar nicht so richtig kennen. 175 Jahre Revolution 1848-49. Da ist vielleicht noch irgendwas im Hinterkopf aus dem Schulunterricht. Wir werden das heute hier vertiefen und euch sagen, warum es denn so wichtig ist, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Fast auf den Tag genau, nur eine Woche später, nämlich am 18. Mai 1848, hat in Frankfurt in der Pauskirche zum ersten Mal die deutsche Nationalversammlung getagt. Und die wichtigste Aufgabe war es, eine Verfassung für ein gesamtes Deutschland zu entwerfen. Eine große Aufgabe, die am Ende, so viel kann ich schon mal spoilern, gescheitert ist. Also die Verfassung wurde erarbeitet, aber so richtig umgesetzt werden konnte sie nie. Und genau das wollen wir heute hier besprechen. Und ich freue mich sehr, einen kompetenten Gast zu haben, nämlich Dr. Jörg Bong, Literaturwissenschaftler, Autor. Und jetzt kürzlich mit einem Buch, die Flamme der Freiheit, über genau dieses Ereignis. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, bei dir zu sein, bei Terra X History. Wunderbar. Wir werden gleich intensiv sprechen über dieses Thema. Aber damit wir alle mal auf einem Wissensstand sind, schauen wir uns mal einen kleinen Film an, der uns alle auf ein Level bringt. Das ist ein Film, der schon mal etwas vorwegnimmt, was am 13. Juni im ZDF laufen wird. Deshalb sieht er mich da auch ab und zu mal die Revolution 1848-940 kompakt erklärt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gleicht Deutschland noch einem Flickenteppich. Insgesamt 38 Fürstentümer, Königreiche und Stadtstaaten sind lose in einem deutschen Bund mit Sitz in Frankfurt am Main zusammengefügt. Die Landesherren residieren in Prunk und Pracht. Meist Adelige, nicht gewählt, die sich noch von Gott berufen fühlen. Dabei herrschen sie oft mit Willkür, Polizeigewalt und Zensur. Besonders auf dem Land wird die Misere durch Hungerlöhne, Not und tödliche Seuchen verschärft. 1832 haben auf Schloss Hambach in der Pfalz Liberale und Demokraten gegen Fürstenmacht und Polizeigewalt revoltiert. Seitdem rumort es in den politisch noch sehr rückständigen Ländern. Doch dann, Ende Februar 1848, fegt im Tempo des neuen Dampfzeitalters eine Nachricht durch Europa. Der Sturz der französischen Monarchie weckt Hoffnung auf einen demokratischen Völkerfrühling. Auch in den deutschen Landen begehren Untertanen gegen die Macht des Adels auf. Sie verlangen Mitsprache und Bürgerrechte. Aus Angst vor oft nur drohender Gewalt versprechen die Landesherren Reformen und tauschen ihre reaktionären Regierungen aus. Selbst in der preußischen Hauptstadt Berlin signalisiert König Friedrich Wilhelm IV. Mitte März 1848 Zugeständnisse. Doch als sich vor dem Schloss aus einem Soldatengewehr ein Schuss löst, fühlen sich die Berliner betrogen und stürmen zum Barrikadenkampf. Nach drei Tagen erbitterter Straßenschlachten zieht sich die für den Feldkrieg gedrillte Armee aus Berlin zurück. Zur Mahnung werden die Särge der 300 getöteten Freiheitskämpfer vor dem Deutschen Dom aufgebahrt. Vor dem Volkszorn bleibt dem König nur die Flucht nach vorn. Geschickt vertauscht er die Rollen und setzt sich an die Spitze der nationalen Bewegung, demonstrativ in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Seine vermeintliche Unterwerfung gibt den Weg frei für die erstmals freien Wahlen. Im Geist der Zeit dürfen allerdings nur Männer an die Urnen treten, falls sie eigene Einkünfte haben. Am 18. Mai 1848 ist es soweit. In der umfunktionierten Pauskirche in Frankfurt am Main versammeln sich über 300 gewählte Volksvertreter zum ersten gesamtdeutschen Parlament. Die anfängliche Euphorie weicht zähen Debatten der mehrheitlich obrigkeitstreuen Abgeordneten. Immerhin formulieren sie in zehn Monaten eine bahnbrechende Verfassung, die Grundrechte für alle garantiert. Aber es fehlen Macht und Mut, sie durchzusetzen. Als der preußische König es ablehnt, Kaiser unter parlamentarischer Kontrolle zu werden, scheitert der erste deutsche Anlauf zur Demokratie. Und doch bleibt die Pauskirche ein Symbol für den Drang nach Freiheit. Bis heute. Tja, und später hat Otto von Bismarck, späterer Reichskanzler, gesagt, naja, also damals wurde einfach viel geredet. Wir brauchen Blut und Eisen, um sowas durchzusetzen. Und so hat er Deutschland dann geeint. Allerdings dann mit einem Staat, den sich die Demokraten damals eher nicht so vorgestellt hatten. Aber da will man vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf kommen. Jetzt haben wir erstmal so einen allgemeinen Überblick bekommen, was damals los war. Die Frage ist aber natürlich, was war denn 1848 da los? Was hat die Menschen auf die Straße gebracht in den verschiedenen Städten, Berlin, München, überall übers Land? Was war der Anlass damals? Ja, es gab wirklich viele Anlässe. Man muss sich das sehr dramatisch vorstellen, das Leben damals. Es herrschte nicht nur Armut, sondern Hunger für hunderttausende Millionen Deutsche. Und Hunger meint wirklich verhungern. Also es gibt einen großartigen Demokraten. Blum heißt der, Robert Blum, der reist ins Erzgebirge zum Beispiel und erzählt das mal im Jahr vor der Revolution. Der nennt das schwarze Hölle. Die Menschen kippen auf der Straße als Gerippe in den Graben. Und da bleiben, er zählt an einem Tag, 85 Tote rechts und links im Straßengraben in einem kleinen Örtchen. Die Frauen stillen mit Blut, weil die keine Brüste produzieren, keine Milch. Die Kinder sind alle blind, weil mit Reisig gereizt wird. Und wenn du heizt mit Reisig, dann musst du in den Wald den holen. Dabei wirst du noch erschossen, weil der Reisig den Herren gehört. Und dann heizen die und das verätzt die Augen, dieser Dampf vom frischen Reisig. Und die sind alle blind, die Kinder in den Hütten. Und das ist nicht irgendwie eine arme Gegend, wo immer du bist in diesen 34 deutschen Ländern und vier freien Städten. Das ist die Realität für die meisten Menschen. Dann krasse politische Unfreiheit, richtig Despotismus, Tyrannei. Der Deutsche Bund hat sehr repressive Gesetze verurteilt. Du darfst dich nicht versammeln. Du darfst deine Meinung nicht sagen. Du kannst nicht schreiben, was du willst. Du wirst sofort verhaftet. Du verlierst deinen Beruf. Du wirst gefoltert. Du gehst ins Gefängnis. Und ganz viele von uns, von den Deutschen, mussten es in Exil. Dann noch ein Grund. Deutschland war zersplittert in 34 Länder. Und diese vier freien Städte. Und da gab es schon so ein Gefühl, wir wären gern eins. Ein Einigvaterland hieß das damals. Und das hatten sehr viele Menschen wirklich. Das war im Volk auch verankert. Und die Fürsten, für die war das ein rotes Tuch. Weil das ja eigene Staaten waren, eigene Königreiche und so weiter. Und die waren heftig gegen das eine Vaterland. Und dann noch ein wichtiger Grund. In diesen Jahren beginnt auch in Deutschland so die Moderne, also das moderne Leben. Und das ist manchmal verblüffend, weil man das von heute fast nicht unterscheiden kann. Ja, so modern. Und gleichzeitig steckt die Zeit noch im Mittelalter, sag ich mal, ein bisschen. Also das Feudalismus lebt noch. Also die Bauern arbeiten unter alten, feudalen Verhältnissen. Ja. Und gleichzeitig fahren die Eisenbahn, fahren die Dampfschiffe den Rhein runter. Die Eisenbahnen rasen durchs Land. Schnelldruck pressen, machen Zeitungen innerhalb von Stunden. In den Cafés werden die gelesen und so. Und das passte, das Gefühl gerade für die Jungen war, das passt alles nicht mehr zusammen hier, diese Welt. Ja, das ist natürlich vieles, was zusammenkommt. Einerseits eine große Unzufriedenheit. Andererseits aber auch, ja, dieser Gedanke, wir wollen ein geeintes Deutschland haben. Einen Nationalstaat, der die Leute umgetrieben hat. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, dann stellt sie gerne hier in den Kommentaren. Wir werden die dann hier einbringen. Ansonsten habe ich aber noch eine ganze Reihe Fragen. Was ich mich dabei die ganze Zeit schon gefragt habe, ist, wir haben 1789 in Frankreich eine ähnliche Situation. Damals brach die Französische Revolution aus. Frankreich ist nicht weit weg von Deutschland. Der Funke ist nicht so richtig übergesprungen, obwohl es den Menschen auch damals ja schon schlecht ging. Dann haben wir ein bisschen später, ungefähr 40 Jahre nach der Französischen Revolution, noch mal eine ähnliche Stimmung in Frankreich gehabt. Auch da ist der Funke nicht übergesprungen. Aber dann 1848. Also was war in diesem Jahr anders, dass es dann da zur Revolution kam? Es war alles noch viel fürchterlicher. Also die Zustände. Vor allem natürlich die soziale Not. Die Franzosen nennen das Misere. In Deutschland ist das soziale Frage. Das klingt gleich viel technischer. Misere ist viel plastischer. Das war sicher viel schärfer. Dann kamen noch Missernten hinzu in den 40ern. Und gleichzeitig die Industrialisierung ging los. Und das heißt, richtig viel Reichtum in den Metropolen. Aber bei einer ganz kleinen Schicht, 5 oder 3 Prozent der Menschen besaßen alles, was diese Industrialisierung an Früchten mit sich brachte, den Wohlstand am Amt. Und die Schere war gigantisch. Und das ist natürlich immer so ein Antrieb dann, wenn soziale Diskrepanzen zu groß sind. So riesig, himmelschreiend. So das war anders. Und dann war auch anders, dass diesmal ein europäisches Ereignis war. 1848-Revolution, das geht von Paris aus wieder, wie 89, wie 1830. Metternich sagte, wenn Paris hustet, erkältet sich Europa. Und das heißt, da geht es los. Und dann geht das aber wirklich wie so ein Blitzeinschlag. Das dauert natürlich, weil man damals die Nachrichten reisen, ja mit dem Zug, mit den Kutschen und mit den Pferden. Aber das breitete sich dann in Europa aus. Und das war ein gesamteuropäisches Ereignis eigentlich. Der erste Aufbruch des Kontinents, abgesehen von der Schweiz und Frankreich, zur Freiheit, zur Demokratie. Und ja auch in Deutschland, 89, du hast es gesagt, es gab Impulse, ehrlich gesagt, auch die nehmen wir nicht richtig wahr meistens. Man nimmt die Mainzer Republik und man sagt immer, das sei diktiert und der böse Napoleon und Fremdherrschaft. Das stimmt überhaupt so gar nicht, so pauschal. Das war ein großer Impuls. Und im Südwesten waren die Impulse dieser französischen Ereignisse immer sehr groß. Also in Baden vor allem, in Württemberg, in Bayern, den Rhein runter, Frankfurt, Wiesbaden, im preußisch besetzten Rheinland. Das waren auch 30 nach der Revolution in Frankreich, ging es schon richtig los. Und dann hat der preußische König, das war das Problem, wir reden von Militärdiktaturen, die herrschen, brutalen. Und das sind Militärmonarchien, die preußische und die österreichische, die prägten natürlich den deutschen Bund. Das waren richtig große Tyranneien mit brutalem Militär. Das Militär war auch brutal gedrillt. Die Staaten waren stolz auf dieses Militär. Und die haben zum Beispiel 30. Die Nachricht kam aus Paris, das Erste, was der König gemacht hat, die Truppen überall entlang der Grenze verstärkt. Und dann in den Folgejahren, was Preußen macht, ist, wo immer Unmut herrscht und die Revolte beginnt, Militär. Und das hieß Niederschießen. Das wurde einfach niedergeschossen. Brutaler Begriff, der aber wörtlich zu nehmen ist in dem Fall. Jetzt hast du vorhin Robert Blum schon genannt, einer der Köpfe dieser Revolution. Ein Mann, der dann später hingerichtet worden ist, standrechtlich erschossen worden, als er nach Wien gereist ist. Aber trotzdem einer, den man direkt damit verbindet. Wir haben hier eine Frage bekommen von Sachsen Bastel. Der will wissen, wer waren denn eigentlich die prominentesten Vertreter der deutschen Idee von Freiheit? Ja, gute Frage, weil es auch zu einem Skandal führt. Ich meine, wir leben jetzt in einer Demokratie, in der Bundesrepublik Deutschland. Und all diese Männer und Frauen, und es waren auch sehr viele Frauen, die auch immer vergessen werden, die haben gekämpft, ihr Leben gegeben, sie sind gefoltert worden, die haben ihre Heimat verloren. Wir reden über Hunderttausende. Und niemand kennt die. Das wäre in keinem anderen demokratischen Staat der Welt, wäre das so blamabel wie bei uns. Und es ist blamabel. Um ein paar zu nennen, ich freue mich sehr über die Frage. Danke. Das ist Friedrich Hecker und Struwe. Das waren so zwei große Figuren in Baden. Promovierte Anwälte. Und die werden ganz früh, schon vor der Revolution, zu echten Demokraten. Und das sind zum Beispiel die beiden, die dann im ganzen Südwesten die Bewegung massiv nach vorne bringen. Also wenn sie Lust haben, wenn du Lust hast, guck dir mal an, was du zu Hecker und Struwe findest. Der bekannteste von dem einen war Hecker. Und der andere Superstar der Demokraten in dieser Zeit war dieser Blum. Und das ist eine irre Gestalt. Ein Junge aus einer ganz armen Familie aus der Kölner Altstadt, der dann irgendwie sich autodidakt durchwurschtelt. Also ohne Geld. Die meisten der Demokraten damals kommen aus dem Kleinbürgertum. Und geht dann nach Leipzig und organisiert dann da politische Aufklärung. Und das sind zwei Figuren. Und gut zum Anfang Hecker und Blum. Und Blum, das ist dieses tragische Schicksal, dass er dann während der Revolution als Abgeordneter der Demokraten noch erschossen wird von Österreich. Offiziell hingerichtet. Aber das sind, wir reden schon im Revolutionsjahr von hunderten Toten, die dann die Fürsten, wie gesagt, niederschießen, ist die Maxime. Die ihr Leben dann für die Freiheit letztendlich gelassen haben. Das ist es. Also man darf sich 48 nicht abstrakt vorstellen. Fehler. Es gibt in der deutschen Geschichte ganz leider ganz wenige Momente, in denen wirklich eine genuine, sozusagen aus dem Land selbst kommende, große freiheitliche Bewegung kommt. Mutig, couragiert, weit ausgreifend, mit großen Ideen der Freiheit und der Emanzipation, der Gleichberechtigung und so weiter. Und da ist die deutsche Geschichte nicht reich von. Es gibt ja nun wirklich die dunkelsten Momente, die die Welt überhaupt erlebt hat, hier in Deutschland, in der deutschen Geschichte. Und umso wichtiger zu sehen, dass es das auch gab bei uns. Und zwar eine riesige Bewegung zur Freiheit. Ganz früh. Wir sind ja nicht nur eine verspätete Nation. Wir sind vor allem eine verspätete Demokratie. Viel schlimmer als eine verspätete Nation. Und hier erleben wir mal mit großartigen Figuren, du könntest eine riesen Netflix-Serie drehen, x Spielfilme, da ist alles drin, Schlachten, kleine Truppen, Freiheitsarmeen, die gegen 40.000 brutal gedrillte Soldaten kämpfen, eine belagerte Stadt, Raststadt am Ende, wo die Revolutionäre 14 Tage ausharren, 5000. Da kommt der erste deutsche Kaiser, in 13 Jahren ist er das dann mit seiner Armee und bombardiert, nur um das mal zu sagen, wie brutal, bombardiert die Zivilbevölkerung. Systematisch steckt die Stadt in Brand, damit die Leute da verbrennen und die Soldaten dadurch gezwungen werden, die Demokraten die Kämpfe aufzugeben. Irre Figuren treten auf, ich sagte es gerade, der erste deutsche Kaiser dann, der spielt eine Riesenrolle schon, Bismarck spielt eine Riesenrolle, Karl Marx spielt eine Riesenrolle, Engels, Fontane, die Brüder Grimm, Wagner. Ich glaube auch Tonvater Jan. Ja, eine ganz üble. Ja, da könnte man glaube ich auch noch mal gesonderten Livestream zu machen, zu genau solchen Personen. Hassan, Nationalist, hat auch aufbegehrt gegen die Fürsten, aber aus nationalistischer Perspektive. Franzosen, Hassan, Antisemit, ganz übel, auch Ernst-Moritz Arndt, dieser Dichter, der damals so großer deutscher Freiheitsdichter, weil er so eine militante Lyrik entworfen hat gegen die Besetzung durch Napoleon. Ja, das ist so eine Fraktion, also die Opposition vom Revolutionsausbruch, das sind vier Parteien so ungefähr. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Genau, du hattest gerade Karl Marx genannt, das Kapital, 1848 erschien, also genau in dem Jahr. Das Manifest. Das Manifest, Entschuldigung, genau, das Manifest, Kapital war zu einem anderen Zeitpunkt. Und den verbindet man natürlich mit der kommunistischen Bewegung oder generell mit der Arbeiterbewegung. Jetzt hast du gerade schon gesagt, vier Parteien gab es in diesem Zeitraum. Waren das denn schon politische Parteien, wie man sich das heute vorstellt? Oder wie hat sich das ausgewirkt, vor allem Gesamtdeutschland betrachtet? War das eine regionale Geschichte? Oder wie sah das aus? Also, nee, es gab schon, also der Südwesten ist im Nordosten in der politischen Bildung weit voraus in dieser Zeit. Und es gibt überhaupt ein Gefälle. Also Deutschland war sehr geteilt, aber nicht wie jetzt West-Ost oder wie eine lange Zeit, sondern Nord-Süd. Und der Süden und Südwesten war ziemlich, da war das politische Denken und das politische Bewusstsein sehr entwickelt schon. Und da gibt es schon ganz früh dann, also in den zwei, drei Jahren vor der Revolution, nennen die sich schon Parteien. Also da gibt es die alten, großen Liberalen, die werden so in den 30ern der deutschen Realismus, kommt aus dem Südwesten da und tolle Figuren wie Adam von Itzstein, so mit weißen Haaren, so wie man sich für ein sehr weiser Mann, sehr integer, großartig, freiheitlich gestimmt, der dann die Opposition leitet. Und aus dem Liberalismus entwickelt sich dann der sogenannte Demokratismus, also das demokratische Denken mit großen Philosophen, Feuerbach, Ludwig Feuerbach oder Ruge, Arnold Ruge sind so zwei große Philosophen der Demokratie am Anfang. Und aus denen entwickelt sich dann alles in derselben Zeit auch das kommunistische Denken. 1844 in Paris schreibt Marx, da ist er noch Redakteur und ein junger Journalist, schreibt so ein Essay über die hegelische Rechtsphilosophie. Und da wird das entwickelt, im Kern. In Paris, da sitzen alle, Paris ist die achtgrößte Stadt damals, als Deutschlands, weil da 62.000... Der Welt meinst du, oder? Ja, Deutschlands. Paris. Paris ist die achtgrößte Stadt, da sitzen 62.000 Deutsche, Vertriebene, ins Exil gegangen. Frankfurt am Main zum Beispiel hat 60.000. Nur um dir mal eine Idee zu geben, das sind alles Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge und politisch. Heinrich Heine ist da, Richard Wagner ist da, List ist da, Georg Herweg, der zweitberühmteste Dichter der Epoche mit seiner Frau, Emma Herweg. Paris ist so das Zentrum, das deutsche Zentrum des Widerstandes, intellektuell, politisch in diesen Jahren. Weil in Deutschland ist das ja alles verboten. Also wenn du, wenn du dich zu zehn triffst und über Politik zu sprechen, landest du im Knast, in Deutschland, in den deutschen Ländern. So, und da kommt dann ganz viel aus Paris. So, dann gibt es die Kommunisten, die sich formieren, die Nationalisten, haben wir gerade so ein bisschen angesprochen, dann die klassischen Liberalen und jetzt kommen die Demokraten dazu und eine Partei, die, finde ich, viel Unheil anrichtet, die gehört zur Opposition, die Konstitutionellen nennen die sich, dynastisch-Konstitutionellen. Die wollen, dass Deutschland aufgeht in Preußen. Das war die Formel, so sagte man das damals. Also der preußische König soll gesamtdeutscher Kaiser werden. Und Deutschland geht in Preußen quasi auf. Und die entwickeln sich so aus dem Liberalismus, haben aber ganz schnell mit den Liberalen gar nicht mehr viel zu tun und sind eine eigene politische Kraft. Und die nennt sich Ordnungspartei, was ja für Deutschland auch ein harter Begriff schon ist, dann wie sich herausstellt, ist auch eine harte Partei. Da sind ganz großartige Männer darunter, Einzelne, ja, die wirklich sehr aufrichtig auch gegen die Fürstenwillkür kämpfen. Aber da setzt sich ein neuer Typus politischen deutschen Denkens durch. Und da sind auch in der Fraktion dann am Ende so ein paar Nationalisten, die schon völkisch, weißt du, die den Nationenbegriff völkisch auslegen und davon sprechen, Osteuropa zu vernichten quasi, dass das die deutsche Mission sei, weil der deutsche Stamm eine ganz andere Qualität hat und die anderen Völker gar keine Kultur. Ja, da gab es ja leider jemanden, der das einige Jahrzehnte später dann in die Tat umgesetzt hat und tatsächlich aber auch diese Idee, dass alles in Preußen aufgeht, wurde auch umgesetzt, 1870, 1871 mit der Reichsgründung. Schon davor, 1866 durch die Kriege. In den Einigungskriegen, genau. Da sind die beiden Lager, ich sprach eben von dieser Trennung, und diese beiden Lager, im Kern sind es dann 1866, diese beiden Lager, die sich militärisch bekriegen, nicht nur Preußen und Österreich, da gehört ja auf Seiten von Österreich Frankfurt gekämpft, Bayern gekämpft, Württemberg gekämpft, die Pfalz gekämpft, und die werden von Preußen geschlagen. Ja, das ist eine Sache, die sich dann später daraus entwickelt hat. Wir machen mal eine kurze Bestandsaufnahme. Wir sind 1848 in einer sehr explosiven Stimmung. Die Menschen sind unzufrieden. Viele Menschen wollen mehr Demokratie. Sie wollen ein geeintes Deutschland. Es gibt Parteien, Gruppierungen, die diese Interessen durchsetzen wollen, die aber teilweise auch ganz unterschiedliche Ansichten haben. Und darüber sprechen wir heute hier. Wir sprechen über den Weg zur Freiheit, den unbedingten Willen, Freiheit zu haben. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Und es kamen schon einige Fragen rein. Zum Beispiel, du hast vorhin mal ganz kurz angedeutet, es gab auch Frauen, die beteiligt waren damals. Die werden ja gerne mal unterschlagen. Völlig. Starke, mutige Frauen. Und Sandy Jochowitz fragt, wie sah denn generell die Freiheit der Frau aus damals? Ja, super Frage. Leider mit einem Wort zu beantworten, sie gab es nicht. Oder mit ein paar wenigen Worten. Sie existierte quasi nicht. Die hatten weder aktives noch passives Wahlrecht. Das heißt, konnten nicht wählen, aber auch nicht gewählt werden. Sie waren verboten in allen politischen Institutionen, staatlichen Institutionen. Das heißt, aus dem Ganzen waren sie ausgeschlossen und hatten auch juristisch jetzt, privatrechtlich wenig Rechte. Da gibt es zum Beispiel eine großartige junge Berlinerin, die wurde zwangsverheiratet ganz früh und die führt dann 16 Jahre einen Prozess, um da irgendwie rauszukommen. Der schlägt sie, missbraucht sie, misshandelt sie und die versucht da rauszukommen, was für eine Frau damals fast unmöglich war. Dauert 16 Jahre und dann ist sie fertig und dann schreibt sie ein Buch 1847, das heißt Meine Emanzipation. Das ist so eigentlich das Urmanifest, könnte man sagen, des deutschen Feminismus. Und eine tolle Frage, weil die Frauen eben vor der Revolution gab es ein paar Einzelne, wie diese Luise Esten. Eine tolle Schriftstellerin übrigens, by the way, wenn wir darüber sprechen. Ich liebe die wirklich. Die hatte Männerkleider an, die rauchte und trank, badete nackt, wurde immer ins Gefängnis gebracht, weil sie Aufsehen erregte. Eine richtig freie, moderne Frau, von Paris inspiriert und so. Und dann mit der Revolution passiert echt ein Wunder. Und die Frauen werden auch nach der Revolution nicht gebeten, dabei zu sein und haben überhaupt keine Erlaubnis. Aber die ermächtigen sich einfach. Das ist unglaublich, weil innerhalb von Tagen und Wochen die gründen Zeitungen, die gründen Vereine, demokratische Vereine, die Frauen alle auf demokratischer Seite. Was auch interessant war, ich habe bei den konservativen und Fürstenparteien und so weiter keine politisch aktive Frau gefunden. Die sind alle bei den Demokraten, machen Demonstrationen, Proteste und nicht wenige beteiligen sich auch dann bei den paar wenigen Aufständen, die es dann wirklich gibt, Revolutionsversuchen mit der Waffe auch. Da sind sie auch dabei. Also eine ganz berühmte, wenn Sie Lust haben, Emma Herwig, gucken Sie mal im Internet und da gibt es auch jetzt ein ganz tolles Buch, ein kleines Heft da. Die hat ein Buch über ihren Feldzug geschrieben und die ist zum Beispiel die entscheidende Frau dieses Feldzugs, weil die Spionin ist auf der Freiheitsseite und reist durch Baden und spioniert, wo der Hackerzug sich gerade befindet. Also ein Freiheitszug von Badener Revolutionären. Genau, von Konstanz nach Karlsruhe. Genau, und die ist eigentlich in Straßburg mit Georg Herwig, diesem großen Dichter, eine riesen Berühmtheit und der hat da 650 Mann, alle ohne Waffen und das ist auch alles improvisiert. Die haben natürlich keine Chance. Sehr romantisch. und sie reist dann in Männerkleidern verkleidet durch Baden an den Polizisten und am Militär. Baden ist schon besetzt. Diese Konstitutionellen, die in den März-Regierungen jetzt sind, war in dem Film ja eben die Rede von, die haben echt 40.000 Soldaten gegen die Demokraten geschickt zu einem Zeitpunkt, wo die Fürsten so geschwächt waren und man muss sagen, dass diese Fraktion in der ersten Phase der Revolution die Revolution niederschlägt, also im März und April noch vor dem ersten Parlamentstag wird diese Badener Revolution oder die Revolution in Baden von den Konstitutionellen beendet und nicht von den Fürsten. So, aber wir sind bei den Frauen und da gibt es so viele, die Frau von Gustav Struwe, Amalie Struwe, wenn man noch Lust hat, sich noch eine anzugucken, gibt es auch gerade einen tollen Bann zu. Irre Geschichten, weil die natürlich, die kommen meist aus gutem Hause und gehen dann in die Politik, in die demokratische Revolution. Ja, jetzt ist es dann aber so, dass diese Revolution zunächst mal ziemlich erfolgreich verläuft. Die Fürsten müssen sich zurückziehen. Es gibt diese Nationalversammlung, die gewählt werden soll. Allerdings, jetzt hast du sehr positiv darüber gesprochen, dass die Frauen da beteiligt sind, aber Frauen dürfen da nicht mitmachen, die dürfen nicht wählen. Nein, so weit sind wir leider noch nicht fürchterlich und man muss auch sagen, dass selbst die entschiedenen Demokraten, also die, die am meisten sich einsetzen für die soziale Frage, für den vierten Stand, für die Entrechteten, die Armen, dass nur bei ganz wenigen die Frauenfrage da schon Thema ist. Aber was ich meinte, die Frauen machen es selbst. Natürlich beschließt da jetzt niemand, jetzt für die erste Parlamentswahl sind auch Frauen zugelassen. Soweit sind wir leider noch gar nicht, aber ganz ehrlich, die Frauen, das meine ich, der irre Mut, einfach zu sagen, wir machen da mit und wir gestalten das und dann kommen ganz früh, also im März schon die Forderungen nach Rechten, eben auch nach dem Wahlrecht. Und das sind jetzt, aber das System ist noch voll in patriarchalischer Hand, ja, und wird brutal ausgeübt, ja, und wie gesagt, selbst viele der Demokraten damals, also der sehr progressiven Köpfe, sind bei der Frauenfrage eine Katastrophe. Ja, hat da eine Weile gedauert, 1918 das Frauenwahlrecht beschlossen. In Deutschland hat es irre lange gedauert. Wir sind da, auch da, sehr verspätet. Wir haben viele weitere spannende Fragen. Wir können zum Beispiel mal über eine rückblickende Betrachtung dieser Zeit sprechen, die Jonas Richter thematisiert. Du hast gerade schon, ja, von teilweise rechtsextremen Bewegungen damals auch gesprochen, die sich dieser revolutionären Stimmung angeschlossen haben. Und Jonas Richter fragt, inwieweit war denn die Nationalbewegung 1848 von rechts durchdrungen? Und, das finde ich ganz spannend, wie wurde in der Zeit zwischen 1933 und 1945, also in der NS-Zeit unter Adolf Hitler, diese Revolution betrachtet? Super, ja, beides. Wir müssen auf beide Aspekte dieser klasse Frage eingehen. Also, das eine ist, mit rechts und links würde ich da nicht argumentieren, aber, sondern mit, es gibt die Idee der Nation, die haben damals alle gehabt. Also die Forderung, dass Deutschland eine Nation wird. Das hatten die entschiedenen Demokraten, das hatten die Liberalen, die Konstitutionellen und diese drei Oppositionsgruppen hatten dieselbe Idee. So, aber die meinen etwas völlig anderes. Und für die Demokraten ist das, ich sage es mal so, es gibt einen dunklen Begriff der Nation und einen hellen Lichten. Und für die Demokraten war das ein sehr progressiver Begriff. Die Idee der Nation heißt Freiheit und Gleichheit. Und das in einer freien Nation. Und das eingebettet in ein freies Europa freier Nation. Die Demokraten damals, die haben das auch so genannt, die fordern eine Europäische Union der freien Völker. Das ist aus dem sogenannten Vormärz, also der Zeit vor der Revolution. Da gibt es einen großen Denker, Börne. Und der hat auch in Paris im Exil, in Deutschland ging das nicht, aber der hat diese Idee entwickelt des Völkerfrühlings. So, und das ist dieser helle Begriff der Nation. Da ist Nation, Fortschritt, Gleichheit, Brüderlichkeit, all das ist da assoziiert. Und das ist alles synonym, also gleich wichtig. Die Einheit ist so wichtig wie die Freiheit. Die Freiheit ist so wichtig wie die allgemeine Wohlfahrt. Also die Lösung der sozialen Frage. So, dann gibt es die Liberalen. Das ist so, da würde ich sagen, das ist so ungefähr gleich gewichtet, was diese drei Ideen anbelangt. Und dann gibt es die Nationalisten schon. Da geht die Einheit über alles. Und da meint auch Einheit viel weniger die Freiheit nach innen, sondern die Freiheit nach außen eine große Nation zu sein. Also mitzuspielen im Konzert der europäischen Mächte oder ganz früh, das sagt von Gaggan, der Führer der Konstitutionellen immer, Deutschland muss die Königin der europäischen Völker sein. Denn das ist es eigentlich. Nur wir sind jetzt über Jahrzehnte so mies behandelt worden. Und jetzt müssen wir endlich zur Königin, wenn sie den Status kriegen, der uns gebührt. Das heißt, es gibt in der Opposition, bei der Nation, bei dem Nationenbegriff, welche, die das ganz kooperativ anlegen und welche, die es extrem aggressiv schon anlegen, dieser Thronvater Jan oder Ernst-Moritz Ahns oder auch diese Fraktion der Konstitutionellen. Da sind schon Töne drin, die man jetzt heute, und deswegen verstehe ich die Frage auch mit den Worten, als rechts, sehr rechts, nationalistisch, chauvinistisch und so weiter klassifizieren würde. Aber, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass es für einen anderen Teil der Opposition ein ganz fortschrittlicher, humaner, humanistischer, aufklärerischer Begriff ist. Und das hat den Nationalsozialisten wahrscheinlich eher weniger gepasst. So, und jetzt sind wir dabei, die, man muss ja mal, du hast gesagt, wir erinnern uns alle nicht mehr so richtig. Das hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, die Demokraten werden vernichtet am Ende. So, das ist dann 1849 und dann verlassen ungefähr 400.000 Menschen Deutschland. Das ist ein Aderlass, intellektuell, kulturell, politisch, wie 1930, 31, 32. die fliehen in die USA. Kommen wir gleich vielleicht noch zu. Das heißt, da fehlen Zehntausende, Hunderttausende aktive Demokraten in Deutschland. So, und die Geschichte von 1948 wird von den Siegern geschrieben, wie immer. Die Sieger schreiben immer die Geschichte und bis zu Weimarer Republik gibt es keine demokratische Gesellschaft in Deutschland, keinen demokratischen Staat. Das heißt, die ganzen ersten 70, 80 Jahre werden von den Siegern geschrieben, die behaupten, die Demokraten seien Terroristen, Vaterlandsverräter, Schwerverbrecher und Jakobiner. Ja, so, und die machen die Erinnerungen weg, so, und dann kommt kurz eine Phase in der Weimarer Republik, wo man sich erinnert, und dann wird die erste Geschichte von 1948, in dem das demokratische Erbe, die demokratische Substanz echt hervorgehoben wird, wird in der Weimarer Republik von einem jüdischen Historiker geschrieben. Die Nazis vertreiben den sofort, beteiligen ihn Berufssorgen, der muss fliehen, und die Nazis hassen natürlich 1848, 49, weil das, also die sehen diese nationalistische Seite, ja, das ist ja auch heute so, ganz heikel, also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber im Moment versuchen die rechtsextremen Kräfte in unserem Land, die Populisten und die demagogischen Kräfte, sich 48 einzuverleiben. Das Hambacher Schloss oder Gustav Struwe, es gab die Idee, dass die AfD-Stiftung Gustav Struwe Stiftung heißt, ja, also die, das ist so ein Manöver, das sich einzuverleiben, dass das überhaupt gelingen könnte, oder dass die den Mut haben liegt daran, weil wir als Demokraten uns 48 nicht genug einverleiben. Ja, wenn wir schon längst die letzten, seit 1949 gesagt hätten, das ist unser Beginn, das ist der Anfang, und so ist es nämlich, unsere Verfassung heute, große Teile, also des Grundgesetzes, mit den Grundrechten, da kommen ganze Sätze aus der Verfassung von 1848. Das ist unser Beginn. Wenn wir das nicht mit aktiven, kämpferischen Gedenken einverleiben und zu unserer Sache machen, jetzt sind die Rechtsextremen dabei, das zu ihrer Sache zu machen. Und Hitler hat das den freiheitlichen Teil natürlich voll weggemacht, also vernichtet, und wenn die das interessiert hat, dann nur als nationale, nationalistische Bewegung. Über die Gegenwart werden wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Wenn ihr jetzt gerade erst dazugekommen seid, unterhalten wir uns hier über die Revolution 1848-49. Was ist uns Freiheit wert? Genau diese Frage werden wir gleich noch ein bisschen genauer thematisieren. Da kam auch eine Frage von Katja Herzog, die will wissen, was ist Freiheit? Du hast das gerade schon definiert, auch aus der damaligen Perspektive. Welche Freiheitsbegriffe hatten die Menschen damals? Jetzt schauen wir uns doch mal die Entwicklungen zu dieser Zeit an. Wir haben schon ein bisschen gespoilert, sozusagen. Es ging nicht gut. 1849 gab es dann die Konterrevolution. Die Fürsten haben sich die Macht zurückgeholt. Und am Schluss ist diese Verfassung in der Schublade verschwunden, bis, das hast du gerade schon angedeutet, sie dann für andere Zwecke wieder rausgeholt wurde. Zum Beispiel, als dann das deutsche Grundgesetz geschrieben werden musste. Und in der Weimarer Republik. In der Weimarer Republik auch, genau. Man hatte sich ja damals für diese Verfassung 1848 zum Beispiel auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung angeschaut und hat sich ein bisschen inspirieren lassen, sagen wir mal. Sehr stark sogar. Amerika war damals natürlich ein Riesenvorbild für die Demokraten. Es gab ja drei. Also die französische Revolution, das ist die Mutter aller Revolutionen, die sozusagen die Chiffre für den Aufstand, für die Freiheit. Und da sind die Menschenrechte ja festgehalten worden als erstes Mal und auch für einen Staat verbindlich fixiert. In England auch auf eine Weise, aber nicht mit so einer Art Revolution. Vorbildhaft auch. Also die Engländer haben einen irreneigenen Weg da gefunden, die Freiheit zu erringen. Aber das war Frankreich, das war auch die Schweiz. Die Schweiz ist ja, da waren so ein paar Kantone schon Demokratien und 1947 wurde es dann als Ganzes eine Demokratie. Und Amerika war schon eine. Und Frankreich, das ist ja so eine Art Auf und Ab. Dann gibt es wieder den demokratischen Vorstoß, dann entwickelt es sich wieder ein bisschen zum Monarchie, dann gibt es wieder so. Aber insgesamt, das sind so die drei. Aber das leuchtendste Beispiel damals war Amerika. Und die Bill of Rights, dieser Katalog, dieser Zusatz zur Verfassung, das steht für diesen Grundrechte-Katalog. Was wir mit Verfassung 48, 49 meinen, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, sind zwei Teile eigentlich. Der eine Teil, der ist gar nicht so interessant, das war, die beschreibt, wie das erste deutsche Reich aussehen sollte. Und das ist eine konstitutionelle Monarchie mit Kaiser oben drüber, einem gesamtdeutschen Kaiser, mit einer Regierungsform, mit einem Parlament und so weiter. Was wir damit meinen und worauf wir zu Recht stolz sind, weil es wirklich eine Riesenarbeit war und geleuchtet hat über 100 Jahre, ist dieser Grundrechte-Katalog. Ja, den die Demokraten vor allem zusammen mit den Liberalen dann durchgebracht haben im Parlament. Und der steht Ende 48, der andere Teil der Verfassung auch. Und 49 sagt dann das Parlament, so, fertig, jetzt müsst ihr die 34 Länder das bitte anerkennen und umsetzen. Und dann kommt der Knall. Die Demokraten haben von Anfang an gesagt, was ist das für eine absurde Idee von Revolution, also den König am Ende zu fragen, ob er damit einverstanden ist. Den König von Preußen in diesem Fall. Ja, den König von Preußen. Das ist schon, Entschuldigung, ein bisschen unterkomplex jetzt, aber es ist schon sehr deutsch. Und das ist in der ganzen Revolution, also man muss sagen, die heißeste Phase, wo wir am nächsten dran waren, war im März 48, lang vor dem Parlament, im Südwesten. Da war die Republik, die Demokratische, ganz nah. Also das war wirklich eher unwahrscheinlich, dass sie nicht entsteht in Baden. Da müssen dann 40.000 Soldaten geschickt werden, Polizeiverfolgungen und so weiter, damit man diese Bewegung überhaupt stoppt. Und das ist interessant, also wenn jemand Lust hat, sich zu vertiefen, die wildeste Phase ist der Anfang, der interessanteste Phase, also der März 48, die sogenannte Märzrevolution. Das sind ja insgesamt 17 Monate. Also die Franzosen haben drei Tage gebraucht vom Aufstand bis zur provisorischen Regierung. Wir haben 17 Monate gebraucht, nur für den Vorschlag einer provisorischen Regierung sozusagen. Also sehr anderes Tempo. Heine schreibt immer aus Paris dann so Artikel, wo er sich ein bisschen lustig macht über die Deutschen. Und Herweg nennt das immer die deutsche Angst. Und dass die Revolution nicht funktioniert, das liegt zum Teil wirklich auch, zumindest in diesem März, daran, dass die Demokraten zu viele Skuppel hatten, muss man sagen. Also da gab es Momente, wo man hätte zur Republik schreiten können. Und da kommen interessante Fragen auf jetzt. Also ist das, dieser Untertanengeist, so heißt das ja dann, ist das etwas Deutsches? Also der König hat gesagt, der Preußische, es gibt nur eine Möglichkeit für Deutschland, alles anderes undeutsch. Der oben befiehlt, unten gehorcht. Ja, so, und das ist deutsch. Demokratie ist eine völlig undeutsche Idee, ja. So, und dass das 48 scheitert, 49, das war schon sehr stark eintrainiert damals. Naja, letztendlich kann man sagen, gab es eine Kontinuität. Mit der Weimarer Republik hat man zwar die Monarchie abgeschafft, aber einen sehr starken Reichspräsidenten, der ja dann so eine Art Ersatzmonarch war und hat sich da so ein Stück weit dran orientiert. Ein ganz interessanter Gedanke, den ich hier noch einbringen möchte, der kommt von Martin Hausner. Ihr seid natürlich weiterhin eingeladen, uns hier Kommentare zu schreiben. Martin Hausner schreibt, was das Postkirchenparlament angeht, soweit ich weiß, durften in diesem Parlament oder durften dieses Parlament auch keine Besitzlosen wählen. Tatsächlich war es so, ja, nur wer Einkommen hatte, durfte wählen. Also so ein richtig freies Parlament, sagt er, war das sicher nicht. Es war für die, also für die damaligen Verhältnisse war es ziemlich progressiv. Also was die Wahlbestimmungen, die dann verabschiedet wurden, im Vorparlament, ja, politisch viel wichtiger als das Parlament für die Frage Republik oder Monarchie als Deutschland Zukunft, war das Vorparlament in Frankfurt. Da kamen schon mal 500, 600 zusammen, Ende März und drei Tage, vier Tage und die haben die Wahlordnung entworfen. Und die war eigentlich ziemlich gut, da waren aber so ein paar Tücken drin, weil das den Einzelstaaten dann überlassen, der Wahlmodus zum Beispiel, wie wird gewählt. Und das meint er, das ist deswegen eine ganz wichtige Frage, weil es diese Legitimität des Parlaments aufwirft. Die, es wurde indirekt gewählt, das wurde den Staaten überlassen und in den, ich glaube in 80, 90 Prozent wurde indirekt gewählt. Das heißt, wenn du jetzt, also die Leute haben abgestimmt und wenn die jetzt, sagen wir mal, für die Demokraten gestimmt haben, demokratisch gestimmt haben, dann haben Wahlmänner, haben aber am Ende den Kandidaten für die Paulsküche bestimmt. Und die haben keine Arbeiter ins Parlament gelassen. Und insofern gibt es da, da hat er recht, da gibt es so ein paar Tücken, die dann dazu geführt haben. Deswegen haben zum Beispiel Kölner Demokraten und Kölner Arbeiter, haben das boykottiert. Die haben die ersten Wahlen boykottiert, weil sie gesagt haben, durch dieses indirekte Wahlrecht haben wir überhaupt keine Chance. Niemand wird uns so ins Parlament lassen. Und in der Tat ist es ein einziger von 600 ungefähr, es ist ein einziger, der einigermaßen ein Arbeiter ist, der ins Parlament kommt. Nicht anders heute im Bundestag, aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber man muss natürlich sagen, dass der Bundestag heute, wir sind in einer repräsentativen Demokratie und das ist auch extrem wichtig. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so, dass man immer nur das Interesse seines Standes, seiner Berufsgruppe und so weiter, das wäre ja fürchterlich. Deswegen ist radikal der Anspruch an jeden Abgeordneten, du repräsentierst das Ganze. Und das ist natürlich, insofern ist das jetzt heute was anderes als damals. Das war auch so gedacht, aber natürlich sind die Standesinteressen, wenn man sich dann die Diskussionen anguckt im Parlament, dann siehst du genau, dass Großbürgertum hatte eine Partei, die Konstitutionellen sind das, im Casino. Also die ganzen Namen der Parteien übrigens sind alles Frankfurter Gasthäuser. Die Gasthäuser spielen eine Riesenrolle in der deutschen Revolution, weil es ja auch keine Versammlungsräume mehr gibt, öffentliche. Wenn du dich treffen willst mit deinen politischen Freunden, gehst du was trinken. Ja, gab dann schöne Diskussionen sicher nach dem fünften, sechsten Bier. Ja, das spielt eine Riesenrolle, das fünfte, sechste Bier oder der fünfte, sechste Shoppen. Ja, genau, Appleboy, wobei der hat nicht so ganz so viel Alkohol. Jonas Richter stellt auch eine ganz interessante Frage, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Dinge, die dann später auch ins Grundgesetz übernommen worden sind aus dieser Pauskirchenverfassung, die ja zunächst mal gescheitert ist, aber dann doch ein Stück weit überlebt hat. Kannst du da ein paar konkrete Beispiele nennen, die Grundrechte zum Beispiel? Ja, also von der Idee sind alle Grundrechte damals in unserem, und im Wortlaut sind das immer dann so halbe Sätze oder auch ganze, das ist irre schön formuliert. Also wer Lust hat an Literarizität, also Sprache, eine schöne Sprache, lässt sich sofort, wenn du bei Google eingibst oder wo immer, erste deutsche Grundrechte, erste deutsche Verfassung, 48, dann hat man das. Das ist so eine ganz magisch suggestive, also immer so Sätze, kurze, knappe Sätze, jeder Mensch. Und dieser Gestus zum Beispiel, sprachlich, den haben wir bis heute. Also wenn man so das sich anguckt, und es sind die Freiheitsrechte vor allem, zum Beispiel Mobilität, auch interessant, also dass die schon schreiben, jeder darf sich in Deutschland, das ist ja alles neu, das muss man, für die Demokratie ist wichtig zu wissen, der Demokratie ist nicht der natürliche Zustand, das Selbstverständliche, sondern das Erkämpfte, das historisch gesehen immer die Ausnahme. Man kann sozusagen flapsig sagen, die Unfreiheit, und das Autoritäre ist der Regelfall, das Natürliche, in Anführungsstrichen, und das sieht man halt, 48, das ist alles, musste alles erkämpft werden, jede Idee. Die körperliche, die Unversehrtheit, die Freiheit, was du glaubst oder nicht, also religiöse Freiheit, all das sind die rechte Gedankenfreiheit, Pressefreiheit. Das sind die Sachen, von der Idee her, der gesamte Grundrechte-Katalog von 48, 49 ist, findet sich bei uns wieder und teils eben wortwörtlich. Also wesentlich, das merkt man auch von Demokratie, ganz klar, dass man eben Grundrechte hat. Und die sind unabhängig von Mehrheiten, was ja auch interessant ist, wenn man über Demokratien nachdenkt. Wir haben in unsere Demokratien ja ein Element eingebaut über die Verfassungen, die sogar unabhängig sind von temporären Mehrheiten. Also wenn jetzt bei uns jemand sagt, wenn 57 Prozent der Abgeordneten des neuen Bundestags sagen, ach, Asylrecht, uninteressant, geht nicht. Eine Zweidrittelmehrheit, weil es in der Verfassung steht. Das ist ja so ein, also es ist eine Mischung in der Demokratie, immer aus fixierten Werten, demokratischen, und da ist das der wichtigste Gedanke, das Universelle, der Universalismus. In die Verfassung versuchen ja universelle Menschenrechte, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Reichtum, Glauben und so weiter zu fixieren. Und das ist dieser großartige Grundrechte-Katalog von 48, 49. Und der ist fabelhaft, ja, aber er ist nicht zum Einsatz gekommen. Er ist wieder 70, 75 Jahre später in Weimar. Und mit dieser großen Überschrift Freiheit ist ja auch ein Teil der französischen Revolution gewesen. Freiheit, Gleichheitsbrüderlichkeit, ohne Freiheit keine Demokratie und andersrum. Jetzt fragt aber RS, ein bisschen provokant sicherlich in den Kommentaren, ist denn Demokratie nicht überschätzt? Demokratie ist für mich, und ich glaube, das ist eine gute Sichtweise, das kleinste Übel aller möglichen Herrschaftsformen. So wie Churchill das mal gesagt hat. Genau, das ist ein großartiger Pragmatismus, weil man gar nicht das Heilsversprechen braucht. Demokratie ist immer auch defekt. Die hat immer Probleme, sie ist immer in einer Krise in gewisser Weise, weil das ist kein perfektes System. Es ist eine perfekte Idee, aber in der Realität niemals ein perfektes System. Was heißt, man muss ständig selbstkritisch sein, selbstreflexiv gucken, was funktioniert nicht. Zum Beispiel, Demokratie funktioniert nur, wenn die soziale Frage gelöst ist. Sonst gibt es so viel Unmut, und das führt leider historisch gesehen meistens zu antidemokratischen Kräften und nicht zu demokratischen. Das heißt, seit 1948, würde ich sagen, ist die soziale Frage als Großprojekt noch nicht gelöst. Weder in unserem Land, noch in anderen Ländern, noch weltweit. Das heißt, wir müssen extrem kritisch bleiben, selbstkritisch. Und ich würde jetzt nie sagen, dass Demokratie den Himmel auf Erden realisiert. Aber von allen möglichen Formen, wie Herrschaft, Staat, Gesellschaft, von der Macht her funktionieren, ist es mit Abstand die, die das mögliche Maximum an Freiheit real werden lässt. Und das ist verdammt viel. Und alles, was wir beide jetzt hier tun, funktioniert nur auf dieser Basis, dass wir maximal frei sind. Und das heißt ja nicht, dass alle Freiheit realisiert ist. Das heißt, schon von der Idee her, meine Freiheit findet die Grenze in deiner Freiheit. Also wenn ich Lust habe, wenn es mir gut tut, dich zu verprügeln, und ich sage, das ist meine Freiheit, dann kann das nicht funktionieren, das Konzept. Freiheit ist etwas, für das die Menschen damals auf die Straße gegangen sind, die gesagt haben, wir fühlen uns unterdrückt, wir wollen was ändern. Jetzt gibt es heute auch wieder Menschen, die genau das sagen, die hier in Deutschland auf die Straße gehen und sagen, wir leben in einer Diktatur, in einem unfreien System, wir dürfen nicht unsere Meinung sagen. Was sagst du diesen Menschen? Also ich halte es für eine fürchterliche Verdrehung der Wirklichkeit und der Wahrheit. Sie sagen ja in dem Moment alles. Und sie sollen auch alles sagen. Aber zum demokratischen, also da habe ich eine sehr dezidierte Position. Eine Demokratie kann nur eine bestimmte Toleranz gegen Intoleranz haben und mit ihren Feinden. Das ist völlig normal. Also warum sollte ich als Demokrat sagen, ich gebe die Macht den Feinden der Demokratie? So innerhalb des demokratischen Spektrums. Ja, also Menschen haben alle verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen. Und dann gibt es ein demokratisches Spektrum, das ziemlich gut, wenn man hinguckt, durch unser Grundgesetz formuliert ist und das bürgerliche Gesetzbuch und all das. So innerhalb dieses demokratischen Spektrums müssen wir uns die Köpfe einschlagen in Diskussionen, in Disputen, in Diskursen. Diskursen und es muss ganz viele gegensätzliche Meinungen geben. Und je mehr Konsens, desto schlimmer. Wir werden nur klug, wenn wir uns streiten. Das ist so. Also der Einzelne, aber auch als Gesellschaft. So, das heißt, alle Meinungen, die Frage jetzt, wie unsere zukünftige Rentenpolitik erscheint, da bin ich froh, wenn ich extreme Differenzen höre, weil ich mir denke, ach Gott sei Dank, das heißt, da ist Reichtum der Ideen, des Denkens, so, aber was außerhalb des demokratischen Spektrums liegt, da müssen wir sehr rigoros sein. Und da sind wir in den letzten Jahren viel zu lasch gewesen und haben viel zu sehr akzeptiert, was die Feinde der Demokratie da gemacht haben. Ja, und deswegen, also ich würde sagen, man kann das ziemlich gut unterscheiden, was demokratische und innerdemokratische Kritik ist und was, ich sage es jetzt mal ein bisschen dramatisch, von Feinden der Demokratie kommt, die es eigentlich abschaffen wollen. So, und da habe ich wenig Toleranz. Eine der Demokratie ist das eine, Unzufriedenheit mit der Demokratie, das andere. Richtig, das muss extrem gefördert werden, also die Auseinandersetzung mit der Unzufriedenheit und den Unzufriedenen, mit denen muss, das meinte ich mit innerhalb des Spektrums, wir waren nicht selbstkritisch genug, fehlt so lange. Genau, dazu gibt es eine ganz interessante aktuelle Allensbach-Umfrage, da haben vor wenigen Monaten 31% der Befragten gesagt, wir würden in einer Scheindemokratie leben, in der Bürger nichts zu sagen hätten und besonders frappierend ist, 28% haben das im Westen gesagt, 45% im Osten, das ist also fast jeder Zweite im Osten und dazu haben wir auch noch... Ich halte es in der Sache für völlig grotesk, das geht an der Wirklichkeit von der Sache her völlig vorbei. Ich meine das nicht böse gegenüber demjenigen, der das so empfindet, aber das heißt doch, das ist ein Ergebnis davon, was ich gerade meinte, dass einiges im Argen liegt und ich sehe gerade die Demokratie so sehr in der Krise überall, national, international, auch europäisch, wie global, dass es geht um die Wurst. Deswegen ist das Gespräch über 1948 so toll, da ging es um Leben oder Tod, Freiheit oder Tod, um die Wurst und es geht gerade, ehrlich gesagt, wieder um die Wurst. Und da spielt vielleicht auch künstliche Intelligenz eine Rolle. Just Merlin schreibt, wird sich denn die Demokratie, so wie wir sie kennen, aufgrund des kommenden Zeitalters der künstlichen Intelligenz verändern? Gibt es ein vergleichbares geschichtliches Ereignis? Super Frage, wieder klasse. Natürlich wird das eine riesige Rolle spielen. Techniken, Technologien, Neue spielen immer eine große Rolle. 48, was ich eben gesagt hätte, die Kommunikationsrevolution war 48 genau wie heute. Durch diese Schnelldruckerpressen konntest du innerhalb von Stunden eine ganze Stadt plakatieren. Die Nachrichten konnten mit dem Zug schon reisen, das dauerte dann sehr lange, aber es waren relativ, waren das unglaubliche Revolutionen. Telegrafie gab es damals auch. Ja, in Deutschland leider nur einen einzigen optischen. Genau, mit Türmen. Genau, alle zehn Kilometer waren Turm, aber nur einen. Die Preußen hatten das. Aber es beginnt, ja, in Preußen, aber nur das Militär. Das war nur darum, die Armeen so schnell wie möglich im Inneren einsetzen zu können. Also das geht um die Niederschlagung der Revolutionen, der möglichen. Und ganz wichtig, durch sowas wie ChatGBT4, das ist ja nur der Anfang, heute hat Google den Konter präsentiert, das muss man irre im Blick haben, was das für demokratische Prozesse, Meinungsbildungsprozesse, den demokratischen, wie man so schön sagt, Diskurs bedeutet. Und die Frage ist super, weil es, da sind irre viele Gefahren drin. Natürlich die, jetzt zum Beispiel total undemokratisch natürlich, du weißt nicht, ich habe den mir sehr genau angeguckt, hast überhaupt keine Ahnung, wo dieses Wissen herkommt. Das legt sich gar nicht offen. Und das ist ein Merkmal des demokratischen Diskurses, deswegen ist die Demokratie immer mit der Wissenschaft liiert, dass du, dass jede Aussage, die du machst, musst du die Quelle angeben und dann kann der andere, der vielleicht anderer Meinung ist, sich die Quelle ansehen und dem nachgehen und dann und so weiter. So entsteht ein seriöser Diskurs. Sonst haben wir ja diese Fake-Diskurse, dann lügt der eine und der andere setzt eine andere Lüge dagegen. Und das ist natürlich nur einer der tausend Fragen bis hin zu der, ob künstliche Intelligenz nicht irgendwann wirklich aggressiv wird gegen uns selbst. Das heißt, der Grundgedanke der Demokratie, der bleibt, aber die Demokratie muss natürlich immer wieder erneuert werden, an die Zeit angepasst. Da haben wir eine ganz interessante Frage noch von First Pick. First Pick will wissen, werden denn die Grundrechte heutzutage auch noch aktiv weiterentwickelt und unserer Gesellschaft angepasst? Ich würde das noch ein bisschen erweitern und sagen, generell unsere demokratischen Strukturen, werden die an das 21. Jahrhundert angepasst oder siehst du da Defizite? Ich finde, dass das geschehen muss, weil wir sonst an Grenzen kommen über Mehrheiten. Das ist ein komplizierter Vorgang, was ich eben sage, zum Beispiel auch wieder eine fantastische Frage, super Fragen. Ja, na klar, sind auch super User. Ja, also wirklich, ich bin begeistert, weil die echt immer ins Schwarze treffen. Das ist völlig richtig, zum Beispiel die Frage jetzt, und damit ist es ja ein Test für unsere Demokratie weltweit als Prinzip. Die Erde ist kurz vorm Verrecken, also wir haben die Erde so sehr konsumiert und konsumieren sie so weiter, so exzessiv, dass sie vom Kollaps steht, die Natur. Also die Artenvielfalt, Klima, gibt es ja mehrere Aspekte, Ozeane. Also es ist jetzt eigentlich schon fast zu spät. Und schafft die Demokratie das mit demokratischen Prozessen? Ja, gibt es ja schon die Idee, dass man eine Öko-Diktatur braucht. So, ich glaube, dass Demokratien das so gut schaffen könnten wie kein anderes System. Im Moment aber irre Versagen bei dem Problem, faktisch. Aber das könnte man zum Beispiel mit den Grundrechten, du könntest ja das, es gibt ein Recht auf physische Unversehrtheit des Einzelnen und du könntest Naturrechte bis zum Verfassungsschutz bringen. Ja, also das ist das Bestandteil, wenn wir eine Schuldenbremse in die Verfassungsschuldigung bringen können, da können wir auch, also den Schutz der Natur, wo es ja einen Konsens gibt. Wenn wir jetzt uns abfragen würden, da hätten wir 70, 80 Prozent der Leute würden, wenn du jetzt zehn Grundsätze fixieren würdest zum Schutz des Planeten, da wären die dabei. Dann kommt das ins Grundgesetz und auf einmal ist die Politik unter einem ganz anderen, wie zum Beispiel soziale Frage. Die Demokraten haben 48 gesagt, wir müssen die soziale Frage übers Grundgesetz auch lösen. Wenn wir das nur der täglichen Politik überlassen, wird das nie gelingen. Und was ist passiert? Es ist nie gelungen. Es ist besser geworden in Deutschland, aber wenn du jetzt, früher haben in Deutschland Kinder zwölf Stunden am Tag gearbeitet und sind 14 Prozent gestorben pro Jahr der Kinder in der Kinderarbeit. Jetzt machen wir es nicht mehr hier, aber wir lassen das in Bangladesch machen. Und da ist es genau das Gleiche. Und da ist das ein großer Fortschritt für die Menschheit? Das heißt also, diese Flamme der Freiheit, um den Buchtitel von dir nochmal aufzugreifen, 1848 ist sie aufgelodert, dann wurde sie so ein bisschen erstickt, aber sie ist immer noch da, man muss sie aber nur am Brennen halten. Das ist sicherlich eine Sache, die wir mitnehmen können hier auch aus diesem Gespräch 1848. Wehrhaftigkeit, das nennt man demokratische Wehrhaftigkeit. Wir müssen rigoros sein und kämpfen und jeden Tag, jeder Einzelne, die Sache kann auch schnell vorbei sein. Das nehmen wir mal als Schlusswort so mit. Es sind viele weitere Fragen gekommen zur Revolution 1848-49. Wir könnten sicher noch zwei Stunden weitersprechen, aber das könnt ihr euch verkürzen, indem ihr da reinschaut und natürlich hier auf dem Kanal. Wir haben auch einige Videos zu und schon mal die Ankündigung. 13. Juni, der Kampf um die Freiheit, fünf Anläufe zur Demokratie im ZDF. Da geht es 90 Minuten lang um fünf verschiedene Versuche, die Demokratie in Deutschland zu etablieren. Unter anderem sprechen wir auch über den Volksaufstand in der DDR im Juni 1953. Auch der jährt sich ja dieses Jahr wieder rund. Und vielen Dank euch, dass ihr so fleißig mitgemacht habt, dass ihr so tolle Fragen gestellt habt. Es gab ja viel Kompliment auch für eure Fragen. Danke dir, Jörg, für die spannenden Antworten. Ja, das war wirklich klasse. Spannende Einblicke fand ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr schaut euch jetzt einfach weiter hier auf dem Kanal um und bekommt hunderte Geschichtsvideos, ganz viele auch zu diesem Thema, zu diesem großen Thema Freiheit. Ihr habt jetzt die Freiheit zu wechseln zu dem anderen Video. Euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschö. Tschüss. Tschö. 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 Vielen Dank.